Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich ein neues Video für Sie teilen. Ich werde ein neues Video über Serkan Keoglu und Özge Gürl teilen. Vergessen Sie nicht, unser Point Video zu leaken, uns zu unterstützen und unseren Kanal zu abonnieren. Kommen wir nun zu unserem Video. Özge Gürl und Serkan Keoglu sind die Liebesgeschichten zweier berühmter Namen. Diese beiden Namen pflegen seit etwa 1,5 Jahren eine sehr enge Beziehung. Beide lieben es sehr, sie scheinen beide sehr glücklich zu sein, obwohl sie sehr wenig über ihre Beziehung sagen. Die Liebe und Unterstützung des Paares, die beide in unterschiedlichen Berufen sehr erfolgreich sind, ist für alle deutlich spürbar. Schließlich ist in der Liebe von Özge Gürl und Serkan Keoglu ein großes Geheimnis ans Licht gekommen. Das Paar hatte zu diesem Zeitpunkt angekündigt, dass sie zum Heiraten nach Italien ziehen würden, und das taten sie auch. Wunderbare Italien-Beiträge von Özge Gürl und Serkan Keoglu traten in den Vordergrund. Özge Gürl und Serkan Keoglu wollen den Ursprung ihrer Liebe und die Streitigkeiten zwischen ihnen geheim halten. Beide setzen ihre Karriere getrennt fort und freuen sich sehr auf den Umzug nach Italien. Serkan Keoglu plant, während seines Umzugs nach Italien italienisch zu lernen. Tolle Beiträge von Serkan Keoglu, der Italienisch gelernt hat, auf unserem Kanal-Special für Sie.